Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte an Bardo zu unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehen zu Bardo vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Ihr seid bereit. Das sind unsere Soldaten. Geben wir ihnen Feuer, Schau. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kertz. Behalten Sie die Fenster da im Auge. Über diese Stellungen. Mir gefällt das nicht. Sei stark, Hartmann. Folg einfach deine Befehle. Befehl für das nicht mehr! Bereich gesichert. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Ich erwunne Sie gegen einen Tiger. Sie hatten keine Chance. Drücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf der Hauptstraße, ich kann es. Ja, Kommandant. Panzer zerstört. Wir hätten keine Chance gegen uns. Vorwärts. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Weiter auf der Straße. Zerstören wir diese Verteidigung. Die Amerikaner laufen davor. Stefan hat Ihnen alles gemacht, hä? Artillerie. Anton 1. Schalten Sie die Artillerie-Stellungen auf dem Hauptplatz aus. Ich wiederhole. Alle Artillerie-Stellungen würden zerstört werden. Befehl bestätigen, Hartmann.